so was geht ab euch auf der erde ist der fox von der erde bespielen wir wieder eine runde team fortress 2 und ich habe jetzt springen das ist das bild von dem ich letztens let's play gesprochen habe der ist hier der engineer somit der scout und so weiter und so fort und wir gehen jetzt erstmal hier als heavy hinein und versuchen ja flagge wohl das war wieder was 6 die spieler in dem entspricht er ist das kann man doch jetzt nicht mehr ansehen aber so wird gespielt war sentry das ist ja für die hüte manchmal aufhaben das ist so das spiel Nein, 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 nein Nein, 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 nein Nein, 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 nein Jetzt haben wir nur drei Spiele auf einer Karte und nehmen nur das eine und das andere Prepare to respawn Looking for player Vielleicht wird der Server ja mal voll Jetzt können wir uns nicht mehr bewegen wegen der Verbindung Probleme wahrscheinlich Ah, das ist doch so ein Katzen das Ganze Da haben wir hier gerade gepuncht Oh Das Ah Hede Verbindungsprobleme Geh andere Klasse Oh, was passiert Mein Gott, was machen die da Town Battle Gibt's ne Super Smash Balls War auch Online spielt keiner mehr gegeneinander sondern nur verspottet verspottet Mehr nicht Ja Wie man sehen kann Leckles wieder so So hell mit dem ganzen Ey Leckles so stark, dass man nicht mal mehr bewegen kann Auf a abol Norddeckers Na da kommt man nicht vorbei Der Ingenieur wird hier gut hingebaut, hier auf dem Dach Da, wir schon wieder Ein Gegner, ist ein Gegner, ich bin kurz bei Boah Boah Iron Bomber Ja Ja, irgendwie wird gar nicht richtig gespielt Ja Ja, das ist die Vorderstück Oh, Gameplay Ist das ein Gameplay Nur die Sentry Gun, die macht nicht mit Ich hab mich gehört, wie es das eine Die 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 auch neue hinterher zu kommen noch ein paar freundlichen roten hervorweil da sind da sind es da und seit bis dahin endlich Centris Sound das können wir vorbei Boah, das ist ein Magic der Hilton das ist schön wenn es uns ganz rumfeiert Wer hat nur so eine Centris steht Ich kann mir die Flagge jetzt abnehmen. Ich weiß den Weg zurück nicht. Ja, der Spion trägt jetzt weiter. Wir haben die Intelligenz gebrochen. Wir haben die Intelligenz gebrochen. Wir haben die Intelligenz gebrochen. So. Ne, Ne, Ne. Na, eine Bombe. Die alle heißen die Waffen. Knapphaal der Panker zu mora alles könnte sie auf dem bohr liegen wurde geköpft oder so oh je das hier werden was soll das hier werden oh ja 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 na das ist wie ein gameplay mein Gott machen und wieder zwei krebs auch wieder da anwesend jedenfalls riss 2 ja das ist jedenfalls riss 2 oh mein Gott Sniper ohne Ende wo oh 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 da haben werden naa das war ihr welchen alle als das wieder ein Spiel ist das macht die dann irgendwie merkt man wenig das alte andere Spiel alles ist voll die Tüten und verspotten die Leute spielen gar nicht mehr richtig, sondern machen die so nur verspotten oder Spycrab oder was auch immer die gerade jetzt die machen ich fuhr mir die Intelligenz die ist ja schon genommen worden, so wie es aussieht wir haben die Energieintelligenz genommen wir haben die Energieintelligenz genommen da hinten ist die wo ist die Intelligenz das gibt es doch wohl nicht vor dann sogar b mein Gott schauh uns mal an die Schüsse sich gegenseitig an die Glegré ab gerade lobby Wo ist das Spion hin? Ja, das ist ein Gameplay, mein Gott. Ja, das ist ein Gameplay, mein Gott. Das ist ein Gameplay, mein Gott. Diese Engine mit der Sentry, der nervt. Alle anderen spielen gar nicht richtig und der legt das Zentry an und die Sentry macht natürlich das, was sie selber will. Wie alle alle abknallen. Ja, die war für in die Luft, warum auch immer. Die sind mit einem Stern an der Decke wahrscheinlich. Da. Boah. Imposter System. Imposter. Das ist der Schulter. Ja. Ja. Ja, das war wieder ein Gameplay. Mein Gott, war das jetzt so spannend. Ja. Wurde für den Ex-Merc. Wurde für 2-4. Oh je. Das war Team Fortress 2. 3. Als Scout. Oh. Ich hab jetzt Kopfschmerzen. Nicht wirklich, aber boah. Irgendwie. Das war's erst einmal für dieses Jahr oder so. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.